So habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen. Alleine was für eine Schicht hier drauf ist, ne? Ja, das ist mein Zuch, was du jetzt gerade für eine Bräude bekommst. Ja, das knallt. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Aber ich verstehe es auch nicht, dass es nicht abgesperrt ist. Hier kommt ja jeder Hand zum Dach drauf. Der geht mal bis Baden. Er will uns so ein Kristall holen. Und das ist so leicht aus dem Ende. Das ist so leicht. Das ist so leicht. Das ist so leicht. Das ist so leicht. Das ist so leicht.